Kicke ich das Fit mit dem hier, weil der hat doch diese braunen Akzente. Ach stimmt, ja, der geht. Das ist halt auch ein Tyler-Fit dann. Ich bräuchte das eigentlich noch um Fischehund. Ich hätte Fischehund nicht mehr können, dann wäre ein mieser Opa-Fit gewesen. Du weißt echt nicht, ob ich den Bringser-Luft. Irgendwie ist das nicht so mein Tyler-Fit. Ist schon sehr, sehr Bursche mit der Mittelfeite. Lass mal bitte zum... Sag was gegen meinen Opa-Fit und ich hau dich zusammen. Lass mal bitte zum Golfplatz gleich fahren. Dann machen wir da ein paar Fotos. Egal, das ist ein mieser Golfer-Fit. Lass uns auch so rein. Sag mal. Man sieht, wir gehören zusammen, Digga. T-Boy, wir haben nur den gleichen Look quasi zur Zeit gerade an. Statt dass ich runterfalle, dance ich einfach. Ja, weiß nicht. Ja, schon sehr Opa-Fit. Ist nicht so dein Film. Guck dir den Jungen an. Aha. Wie sieht das denn aus? Noch lieber jünger. Aber Loki? Kommt. Ich find halt auch echt, dass du die Cap dazu anziehen musst. Geh mal die Cap gleich rüber. Ich will was probieren. Weil das Grüne der Cap ist ganz schön. Auf gar keinen Fall. Alles mit drauf sein. Jetzt ziehst du deine Hosenkette dazu noch an. Schaut euch an, an was für ein Dreckspot wir wieder Bilder machen müssen. Du brauchst mich nicht schon. Ich mach jetzt Vlogs da. Yo. Peace. Ich hoffe, wir sehen ja richtig weird aus. Ilja und Kilian Gangster hier. Guck mal. Ah, das ist ja Video. Oh Gott. Du hast die Prank. All eyes on me. Nein, du bist weiter aufhalten. Auf den Luft. Nein, nein, du musst von dir. Wenn du dich filmst, so. Ich weiß nicht, was du jetzt wirst, Digga. So. Eingehört nicht, verwirrt. Und das wird dann gedacht. So nervig langsam. Digga, was ist denn Bier? Es ist nicht unangenehm. Es muss getan werden. Es muss. Genauso wie dieser Horsche getan werden musste. Also. So. 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 So schön wie auch. So. So. So schön wie auch. Ich mag ja früher oft Sachen nicht und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich probiere es einfach und sowas, ich öffne es nicht. Wenn wir nie mehr zu Bier gern, zum Falafel da nicht gern. Das ist einfach Arde, guck, Arde, Turan. Ja, guck, genau wie muss man finden, Digga. Dann kriegst du noch so, dass du keinen stillen Mann weißt, wohin vorne sicher der Mond drauf ist. Und dann verleihst du Kopfflüsse an Menschen, die bei dir mucken. Was soll ich hier trinken, wie gesagt? Mineralwasser. Das kann auch Apfelschäule anliegen. Mineralwasser. Habt ihr genug für den Nachschlag? Da bleibt definitiv genug für den Nachschlag. Nein, Fetzer, Digga. Weißt du, was? Digga, jetzt sucht er wieder heran. Junge, mir schmeckt es wunderberaubend. Aufgemütlich. Stute? Ich schicke dir die Zutaten zu machen. Das wäre die Art, das wäre nett. Man sieht sich nicht mehr, da ist völlig lustig. Lasst euch nicht erwischen. Komm du, oder Nause? Die werden es niemals herausfinden, ich verpixel hier alles. Das wäre es. Das war 24 Grad, das fühlt sich so nicht an wie 24 Grad. Glaube ich dir nicht. Digga, hier ist unnormal eigentlich, ich habe Klostrophobie. Glaube ich dir nicht. Seid einmal Klostrophobie. Vielleicht wäre es nicht. Ich bin ein bisschen frisch, aber es wäre auch sehr wichtig. Das kann man nicht so oft tragen, aber ich weiß sogar, ich glaube, es soll die großen auftragen. Die hat halt nur diesen Protäger-Walt. Bei dir ist es halt 50%. Normalerweise kostet sie 70. Der traue ich halt, die blaue zu holen. Schwarz ist halt anders, ne? Kannst du halt immer tragen. Und dann gibt es einfach die in Creme. Auch für 70? Ja, das ist das.